Georgien, Tiflis. Hier lebt der Journalist Afghan Mochtali aus Aserbaidschan im Exil, bis er im Mai 2017 verschwindet. Einen Tag später taucht er wieder auf in einem Gefängnis in Baku, Aserbaidschan. Er recherchierte gerade über die Vermögenswerte der Familie des aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev, als er entführt wurde. Er hat ein halbes Jahr später bitte zu sechs Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen illegalen Grenzübertritts. Heute hat er Geburtstag. Schreiben wir ihm. Dear Afghan Mochtali, Happy Birthday. We are thinking of you and your courage. Journalism is not a crime. Yours, Happy Birthday. Journalism is not a crime. Untertitelung des ZDF, 2020